Die treffen ja überhaupt nicht. So, dann fahr mal. Äh, wohin fährst du? Zum Ziel, siehst du es nicht? Ah, jetzt. Das Navi zeigt ja nicht immer genau den Weg an, den man nimmt. Wahrgeld will. Alter, hau mal ab jetzt hier, Mann. Oh, voll den Müll einmal umgehauen. War es das? Mit der Autofahrt schon. Ladebildschirm? Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Du brauchst das heute so lang zum Laden, sonst braucht das auch nicht so lang. Hm, war schon der Ladebildschirm machen. Na, sieht man so eine schöne Brücke hier gerade bei mir. Oh, bei mir auch. Da ist dann jetzt dieses Plans irgendwas. Äh, Kleidungs... Plans Zanes. Genau, Plans Zanes, ähm, Kleidungsshop. Und schon wieder die Brücke. So, wie ist das denn jetzt? Irgendwie macht mir das gerade Angst, dass... Ich habe irgendwas, dass es jetzt hier irgendwie nicht geht. Also, mir ladet es aber auch genau die gleichen Bilder und alles zum So. Der PC arbeitet aber. Der arbeitet wegen der Aufnahme hauptsächlich, aber... Hallo, Spiel! Mach was! Wieso geht das denn jetzt nicht? Ja, anscheinend hat sich das Spiel aufgehangen. Das macht nichts mehr. Hm. Toll. Ich würde mal sagen, erstklassig aufgehangen, liebe Spiel. Ja, warum? Es läuft dann noch. Ja, es macht aber nichts mehr. Ich meine, es passiert nichts. Wir sind jetzt in einem Ladebildschirm gefangen und das Spiel macht nichts mehr. Hm. Ich kann auch nicht escape oder tap oder... Ne, geht nix. Meine Maus ist aber noch hier. Ja, bei mir auch, aber es passiert halt nichts mehr. Hm. Ist was Neues. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich würde sagen, wir unterbrechen ganz kurz die Aufnahme und gucken, dass das Ding wieder funktioniert. Ich hoffe, dass das Teil automatisch gespeichert hat, dass unsere Kleidung wenigstens gespeichert ist. Speichert hat es aber, glaube ich, ja. Dann ist halt Pech, ne? Ja. Naja, gut, dann gucken wir mal. Ja, gut, dann machen wir jetzt mal ganz kurz so eine Unterbrechung, dann geht's hoffentlich gleich weiter. Ansonsten ist das Spiel hier vorbei. Ja. Wäre irgendwie dumm, wenn du spielst nicht mehr weiter, geht ganz ehrlich. Ne, das ist das Endscreen. Ja. Auf jeden Fall, passieren tut hier jetzt nichts mehr. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich werde nicht davon auswählen. So, und das sind wir wieder bei Saints Row. Warte, warte, bleib mal stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich werde geschoben, ich kann nichts machen. Bleib mal stehen. Jetzt bleib. Danke. Weil da findet jemand ein Autogramm, habe ich gerade gesehen. Okay, jetzt nicht mehr. Oder? Und die läuft uns hinterher. Ja. Nee, irgendwie nicht. Gerade eben hat die... Ja, ist es jetzt egal. Wir gucken jetzt nochmal, dass wir die Mission hinbekommen. Ja, Pech gehabt, wenn du in deinem Auto stehst. So, rein jetzt da. Hoffentlich geht's. Ja. Yo. Äh. Wut? Was? Was? Was ist jetzt kaputt geworden? Ich bin gerade durch den Panzer durchgeflogen. Ja, ich bin jo. Ach ja. Jo. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. I love this. Oumst. 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 Abort. Aber dann kann ich halt nicht hin. Nein. Ich hab das Autoflott gefahren. Treff. Ja. So. Für die, die, die wissen, wir müssen jetzt hier einen bestimmten Geldschaden verursachen. Das heißt eigentlich nichts weiter als alles kaputt machen, was geht. Zu zweit ist das eigentlich relativ einfach. Kann ich hier die nicht abballern? Oh ja doch. Oh. Kombo 21. Ja, 20. Hoho. Ich liebe es zu gewinnen. Das ist ja gleich. Ich mach mal die Tankstelle hier in die Luft. So, schön, denn die wir brauchen. Ja, wir haben mal die Stadt auseinandergenommen und wie jetzt das war schon? Ja. Das ist ja schade. Ich habe nur 2700 bekommen. Jetzt. Yeah. Panzerwanderlismus, kannst mehr von der Panzerwanderlismus Aktivität freigeschaltet sehen. Warten auf Starkiller 5-7. Ja, ich warte. Nein. Was ist das jetzt? Schäden. 5% Verringerung der Schäden durch Sprengwaffen. 5% Fähigkeiten. Professor Genki. Bekantheit bei den Denkers sinkt schneller. Was für Level bist du gerade? Ich? 12. Oh, Entschuldigung. Ich auch. Ich glaube ich zumindest. Schaden, Sprengwaffen, 5% Verkrierung der Schäden durch Sprengwaffen. Für 5% 10.000 ausgeben, da warte ich bis ich mehr Geld überhaupt. Munition, MP. Schrotflinten, Munition. Ich glaube Munition. Upgrade kauf ich mir immer nix eigentliches. Panzerwanderlismus. Können wir ja mal machen hier auf dem GPS da. Können wir ja mal hinfahren und noch weitermachen. Ne? Hm. Hubschrauber per Angriff. Oder wollen wir mal hingehen? Ja, ja. Dann renne ich mal hin. Äh, nehmen wir mal das Auto hier. Habt ihr schon gehört von Türlocken? Ey, ich hab mein Auto bestellt und es kommt nicht. Was soll denn der Scheiß? Ich müsste 500 Euro blechen dafür. Finde ich nicht lustig. Ey, Mini. Ja, jetzt kommt mein Auto. Willst du nicht? Wo ist es da? Da ist es. Ich hab'n Mini. Ich bin total lahm. Natürlich ist es total lahm. Juuuua. Boah, wie lahm das alles, das scheiß Auto ist, ey. So, kommst du dann auch? Hä? Kommst du dann auch? Versuch's. Ja, du bist auch schon da. Und los geht's. Na schmars, Auto da an jeder Gewalt. So viel Zeit muss es sein. 600.000 brauchen wir grad mal. Ey, guck dir mal den Fettsack da an. Hab ich gesehen, ja. Oh, ne Einreise-Kombo haben wir schon. 37.000. 47.000. Ich höre auf 60. 63. Wer es bis 100 schafft, gibt da einen aus. 84. 87. 93. 100. 100. 104. Ich glaub das sind uns beiden. Oder? Glaub ich auch. Weiter fahren, einfach weiter. Oder sind die hinter uns. Oh, Kombo ist weg. Scheiße. Wir sollen auf jeden Fall grad ordentlich reingehauen in die Kasse. 100er Kombo, meine Güte. Seit wann kosten bitte, ähm, wie heißt, ähm, Menschengeld? Ist im dritten auch so, äh, im vierten auch so. Hä? Ist doch im vierten auch so. Ja, nur da kosten sie auch. Also nicht für uns, aber für die. Wieso, die sind ja, na egal. Wir wollen ja noch nix spoilern, ne? Ja. Auf jeden Fall, wir haben die Stadt übernommen, so muss das sein. Die Keke vom Staat, da Kilarine auch. Genau. Ähm. Mein Anzug wird ganz nass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell ins Auto. Ähm. Was kann man noch hier machen? Unbekannte Aktivität. Hier gleich neben dran, unbekannte Aktivität. Ah ne, jetzt sind wir wieder hier oben. Warum das? Ja, ich komm ja, meine Güte. Ich bin nicht aus dem Leben. Ja, das ist ja nicht so. Du musst einmal das Ding übernehmen und gut ist. Ja. 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 Na ja, da haben sie halt mal ein bisschen überarbeitet. Aber ich denke mal hier ist so, weil man kann es ja auch getrennt spielen. Und man kann jetzt also diesen Spielschirm, wo wir jetzt sind, können wir, was ist das ich für eine Fahrweise? Das, was wir hier jetzt machen, können wir halt auch getrennt. Du musst ja hoch, glaube ich schon, oder? Ach, das ist das. Ach, hier ist immer. Hier ist immer. Hier ist immer wieder. Hier irgendwo da hinten, da ist der Bankautomat. Was? Ah ja. Den haben wir kaputt gehauen in der allerersten Folge. Und ja, hier muss ich auf den Boden gucken, sonst muss ich wieder zensieren. Okay. Ja, mhm, ja, mhm. Wieso? Ne, hier ist ja nichts. Was sei denn da drin, ist jetzt was wir kaufen? Ich kaufe das jetzt mal hier so. Zack, 2000 Schnapschen. Filler up's, super Toy Shop. Kann man da jetzt rein? Nö. Toll einfach nur, dass man es gekauft hat oder was? Wir kriegen Geld dafür. Wir kriegen jetzt hier oben rein, oder? Ne, wir kriegen da jetzt Geld von. Filler up's, super Toy Shop. Ja, jetzt wird halt das, genau, jetzt ist das hier lila geworden, auf der karte und den stadt stadtteil kontrollieren wird ja es wird 1000 hier bandenoperation das könnte man machen das ist einfach nur sinnloses kaputt hauen von leuten okay wir tun uns das nutzen total dumm ganz ehrlich er kann man denken wollen müssen wir das machen also in sensor 4 werden das jetzt alles neben aufträge wo ich weiß nicht wie es jetzt hier ist ja das sind eigentlich auch also nicht alles neben aufträge aber das ist halt hier in dem aufträge benöttern halt drin und dann kriegst du hast dann neben aufträge und hier wie es jetzt ist er muss jetzt haben wir die brüllen wieder am arsch wie immerhin muss das navi ist ein bisschen sinnlos manchmal dass die tür zu das macht nicht alles dazu warte warte so jetzt nein das ist zu ist die tür weg nee bei mir ist sie noch da echt ja bei mir ist sie jetzt weg egal wir haben auf sommerbetrieb umgestellt so hier gibt es jetzt ein bisschen was auf die fresse steige mal direkt aus was nehme ich denn da mal hier? Schüsse ausgeteilt und booms was ist das hier? hier gefunden! Drogenpaket 1 und 200, äh 22 ja der stirbt nicht ne? und was der weg schluckt der Kollege manche sterben schneller die anderen sterben in der langsame wow wow oder so da da bummse macht und unten was haben wir da jetzt jetzt haben wir hier Immobilien noch mehr Immobilien hier kann man noch ein Haus kaufen hier gibt es noch ein Domenzil, das kann man sich auch noch kaufen das könnte Momo machen wir können ja nicht immer nur Aufträge machen komm das Auto können wir nehmen jetzt ist wieder wegkomm also gut dann steig ein mit dir? Nö, da fahr'n wir getrennt na gut dann halt das ist ja rot unten drunter, das ist geil ich fahre ja einfach mal hinterher fahre man ja einfach mal hinterher wer sich übrigens gerade fragt, warum bei mir keine Musik läuft ich habe die Musik ausgestellt weil es nämlich in der 5. Folge ein Problem gab bei mir läuft aber wenn man Auto fährt auch keine Musik ich weiß nicht, vielleicht war das jetzt nur einmalig ja ich musste aber auch schon Musik rausschneiden da musste ich auch in der ersten Folge die musste ich ja dann mit Marcels Stimme nachträglich klappen, weil ich nicht wollte, dass die weg ist Alter, könnt ihr mir jetzt mal mal Ruhe lassen wo ist denn jetzt hier der Eingang? der Wichser hier ähm, jo steig mal aus, Kollege, steig mal aus, komm hä, wo ist hier der Eingang? das ist ein Dialogs das ist ein Dialogs hä? das ist ja hier die Wimi-Shop ja, ich hab ein ganzes Magazin drauf geballert Nur die Beine stehen hinter mir! Ich wünschte, dass ich das Bild hatte! Ja, das ist ein Domizil. Du kannst hier halt Wasserfahrzeuge abspeichern. Ahhhh! Ich speichere mal die hier rumstehen. Wir verstecken uns jetzt mal. Wir sind ja hier in der Nähe von unserem Hauptdingen. Da können wir uns jetzt mal verstecken. Komm, Commander und Mimini. So, dem nehme ich auch mit den Kollegen. Was machst du? Ich fahre nach Hause. Oh, jetzt ist das Paint House. 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 Ja, 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 ja. Guck mal, ich gehe jetzt hier rein. Drücke hier auf meinen Knopf. Auch nicht, so. Und gehe ich jetzt zum Paint House. Und schon ist Ruhe da draußen. Ja, ne, und ich muss ja so mal kommen. Oh, jetzt bin ich mal weg. Ja, ich habe meine Ruhe, weil die kommen hier nicht hoch. So, bin oben. Du, 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 du. So, jetzt mal hier. Ich muss von Kevin McLeod die Fahrstuhl muss hier reinmachen. Irgendwo hier geht es auch zur Ding. Warte, komm mal mit. Du, ich glaube, du kennst dich hier noch nicht aus, ne? Ne. Ich habe mich hier mal ein bisschen offscreen umgeguckt und hier gibt es irgendwo einen Aufzug. Moment, ich glaube, der ist hier unten. Ah, das ist ein Stich. Da können wir jetzt hier, ich glaube, hier können wir zur Garage, genau. Warte, 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 ich komme. Die Luchidors benutzen roten Kugel an der Front für ihre Steroide. Ich habe gehört, große Anzeige zu führen. Da geht es jetzt ein bisschen hinaus. Das ist jetzt ein bisschen großartig. Es wird auch ein bisschen bewirkt, es wird auch noch ein Fahrstuhl. Die Luchidors benutzen RufziMeder auf der Front um ihre Steroide zu platzen. Ich habe gehört, große Anzeige zu reallyem gibt es, ja gut dann warum nicht nur er zieht irgendwie so geht das nicht jetzt und gibt es hier zwei fahrstuhl aber oben nur ein egal was gibt es hier für autos die ich schon gespeichert habe kommst du mit ich soll jetzt auch mal ein auto fahren kann man das Auto jetzt steigt wieder ein du blöder Typ ey meine Fresse es löchert blau oh cool gut zu wissen dass jede Garage gibt hm hab ich einfach mal so herausgefunden wie ich mich offscreen bisschen umgeguckt hab und mir langweilig war